Hören Sie, Seuschen, Sie reden, als ob wir alle verdächtig wären. Das ist doch absurd! Völlig absurd! Wir haben einen Mordfall! Ist jeder verdächtig! Guten Abend! Kapitaler, stehst du oben draußen! Spätestens morgen, wenn nicht jetzt, sind wir von der Zivilisation abgeschnitten. Fünf von Ihnen haben die Wahrheit gesagt. Einer hat gelogen. Ich habe einen Plan, der uns helfen kann, den Kindern zu entlarven. Endlich war die Polizei. Hier bleibe ich jedenfalls nicht, Lack! Nein! Nein, ganz bestimmt nicht! Bleib seams! Bleib! Bleib! Bleib!